Kann man eigentlich auch den Crew-Modus steigern? Das wär's, Alter. Das wär's. Ähm... Schade, dass ich nicht ein bissl weiter aus... Noch weiter aus, weißt? Zoomen könntet. Ach... Haben wir dann doch nicht so eine Mission, hä? Die Rufzeichen, die gehen sowieso nicht weg. Okay... Dann hätte ich ja mal gesagt gehabt, ja, weil das grad so schön in der Nähe ist, weißt? Haben wir gleich die Mission. Und dann hol ich mir die andere Mission dann. Und dann wechseln wir, ähm, in den Nacht-Modus. Machen wir dann auch die ganzen Missionen. Uuuuund... Dann... Ein wenig gespannt jetzt, was der Hauptschiff von uns will. Kriegen wir da wieder ein High-End-Tile? Boah, das wär's. Es wird ja sowieso verlangt. Irgendeine Mission müssen wir machen, damit wir die ganzen anderen High-End-Sachen auch noch kriegen. Die was noch... Glaub ich... Über drüber noch sind. Damit der sogar noch schneller ist. Damit der vielleicht sogar schon auf die 400 kommt. Ah, 400 glaube ich nicht. Vielleicht so knappe 400. Vielleicht so kurz davor... Hm, mal schauen. Ja. 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 Ja, bei der ersten große Liebe. Kann man verstehen. Ich meine, er ist wunderschön. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Perfekt, ja ideal, damit wissen wir gleich einmal, entweder müssen wir bis 50 leveln, damit wir das Fahrzeug kriegen, vielleicht ist es ja der Oberbörner das Fahrzeug, ich glaube es war eher weniger, aber, ja, bin schon gespannt. Ist der mehr gefahren oder wie oder was? Ich glaube jetzt nicht, aber ich will es gar nicht wissen, was das war. Oh, Carlos ist sauber, wie, Carlos pickt, okay, ja 31%, das ist kein Weg, gell. Ich wollte schon sagen, der pickt, aber wir sind erst bei 4000%, wir sind alle bei 50%, wir müssen die Bremsen, komischerweise. Ich glaube, wir müssen bis 50 leveln, habe ich so das Gefühl, damit wir alle drei Rennen machen können. Oder ein Rennen dürfen wir vielleicht machen, das nächste ist bei 45%, das könnte dann möglich sein. Oder wir haben einmal wieder so eine kleine Storyline mit den ganzen drei Rennen, damit wir wieder ein bisschen beschäftigt sind, damit wir ein bisschen motiviert sind, vielleicht auch eine Nacht, damit wir ein bisschen leveln. Ich bin nicht in der Nacht, ab jetzt drehe ich auf. Mal schauen, mal schauen. Wahrscheinlich für den einen brauchen wir sowieso fix. Ich schau mir das nochmal noch ganz kurz an, das Wiki hat verlangt wieder, aber normalerweise schon. Die zweiten Rennhälfte ist schon immer besser. So eine Drift Challenge wäre es. Boah, das wäre es einmal wieder. Ich finde, da haben sie sowieso ein bisschen zu wenig gehabt, von den Missionen, finde ich, meiner Meinung nach. Da haben sie mal ein bisschen zu wenig gehabt. Es ist recht, gerade die, die mache ich so gern, ich sammle gern diese Punkte, was? Tut mir dann ein bisschen weh. Okay, schade. Du hast gute Chancen auf den Skyline, mach weiter. Uuuuh, schade, ich würde jetzt wohl gern den Dua aushängen lassen. Schade, geht leider nicht. Ja, genau jetzt, wo die Kurven kommt, gescheißen. Tagrennen sind einfach nur dämlich. Ui, na, schade, schade, ich war nach, Alter, bist du nachig. Ähm, das sind noch zwei Kilometer. Okay, jo, nice. Ähm. Okay. Immerhin, nicht nur zwei Kilometer. Na, Gott sei Dank. Alter, ich habe mir schon da gehabt, das sieht nie wieder aus. Ich habe mir schon da gehabt, wir können gleich neu starten. Aber wir haben es geschafft. Ich bin immer vorne geworden. Schau dir den an. Also, wir lassen mal die K.I. definitiv nicht fahren. Mh, Preisgeld ist schon schmackhaft. 4.000, 60.000. Ja, da kann man schon was machen. Da kann man schon was machen. Ja, wahrscheinlich.